hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge in oxygen not included wir fahren direkt fort wir sind jetzt noch in der nacht von tag 5 zu tag 6 und wir werden jetzt ach der morgen schon angebrochen wir werden jetzt ein paar dekorationsartikel aufstellen damit unser fürter unser neuer duplikant nicht mehr so gestresst ist er hat ja auch recht er hat ja auch recht also es sieht halt schrecklich aus wenn hier nichts herum steht und wir bauen jetzt hier so ein blau blumentöpfe da können wir jetzt samen reinschmeißen und hier so ein paar deckenlampen nach hier guck mal essen ist schon wieder fertig da können wir eigentlich kontinuierlich die dinger da herstellen würde ich sagen oder im moment brauchen wir ja gar keine macht das mal weg kommen wir haben 28.000 mehr als am anfang das reicht was bauen wir hier rein strauchsamen pflanzen haben wir sonst noch pflanzen keine pflanzen mehr müssen wir hier hoch und uns pflanzen holen dann müssen wir hier hoch das heißt wir bauen hier die leiter weiter und ziehen dann erst mal erst mal keine ziegel ein doch erst mal ziegel ein ich mag ziegel irgendwie sieht das bei mir so ja quadratisch praktisch gut aus aber es gibt es halt im moment einfach gerade hier oben ziehen wir jetzt einfach mal alles weg und erst mal nur die rechte seite weil ich die pflanzen haben will ich will die blüten ach so es könnte auch sein dass hier welche rumliegen und mir die einfach nur noch nicht eingesammelt haben hier hinten zum beispiel mehlholzsamen dann würde ich sagen wir räumen einfach mal auf einfach mal hier alles aufräumen hier oben auch zack und hier unten alles mal bitte wegräumen das könnte jetzt ein bisschen dauern wir beschleunigen das ganze mal oh ja er füttert ihn und füttert ihn und füttert ihn und füttert ihn das läuft jetzt schon voll der verdichter ein lager haben wir das ist voll hat schon wieder die forschung fertig sehr gut wir gehen da rein was haben wir jetzt freigeschaltet ach den super computer ja den müssen wir als nächstes bauen stimmt dann können wir als nächstes jetzt können wir eigentlich alles forschen zwischen super computer noch anschließen dann können wir hier eigentlich alles erforschen wir machen aber erstmal noch oben die einfache landwirtschaft genau die brauchen nämlich noch keinen super computer da ist er führt fortgeschrittene forschungen aus und schaltet neue technologien frei so den baum war ja mal keinen platz können wir eigentlich hier oben dran bauen oder oder hier hinten noch hin da haben wir schon so viel an dieser batterie machen wir lieber hier oben hin zack da kommt dann noch strom dran dann haben wir da oben unseren super computer das ist doch okay ich hätte die zwei gerne nebeneinander stehen gehabt hier irgendwie forschung im super computer aber also wird unser lager ist voll dann bauen wir da unten mal noch ein bisschen mehr davon dafür haben wir hier unten so viel platz gelassen oder ums wasser nachher abzukommen weil es mal irgendwas brauchen um was ja dann habe ich jetzt auch für besser was wir bauen hier unten drunter einfach so ein lager machen hier einfach so ein lager rein ziehen wir hier den einen shop da kommt nichts durch ich mach es mal lieber so oder das müsste gehen kommt sehen wir da mal noch eine ebene rein und dann bauen wir da einfach ein lager was habe ich denn da gemacht da bin ich wohl abgerutscht passiert so perfekt brauchen wir hier so ein kleines lager rein dann haben wir auch hier links noch offen ok ja und wie es aussieht sind sie im moment sehr zufrieden bis auf den dieben wegen der dekoration die lampen müssen wir auch noch anschließen was macht der super computer jetzt müssen wir da da müssen wir auch eine forschung auswählen das ist generell die ganze vor ach so der forsch das dann einfach mit alles klar brauchen wir also nichts extra auszusuchen deswegen verfügt er auch der muss der löschen wasser ok naja aber wir können das auch alles wieder zerlegen und da kommen auch alle ressourcen wieder zurück das heißt wir können immer umbauen wann wir wollen wie wir wollen das finde ich sehr gut und wieder ein neuer duplikant in unserem drucker lindse mei und aschken aschken oh guck mal hier mei hat einen reiz da blaseneffektivität minus 50 prozent braucht etwas länger als üblich um sein geschäft zu erledigen biogefährdung dämmt sich das vitamin c im weltraum könnte diesen duplikant nicht davon abhalten krank zu werden den wollen wir aber nicht was hat er hier zart beseitert okay kann keine erste hilfe ist trotzdem medizin naja alles klar und kann nicht kochen ist nicht schlimm wir holen trotzdem es können hat eine taucherlunge ja den nehmen wir mit wieder einen neuen kollegen und wieder mal brauchen wir ein neues feldbett es wird auch bald eng hier ne ich glaube hier können wir noch zwei stück aufstellen und dann müssen wir hier rechts weiter machen oder hier oben hier oben können wir natürlich auch noch ein bisschen schlafstelle machen ja doch das kann das passt bis der nächste kommt dauert glaube ich auch noch es kennt das gestresst warum warum dekorationserwartung ebenfalls zehn prozent aber wir haben doch dekoration und minus 18 oh jetzt geht es schon wieder guck mal her was zur hölle öffne das dekoration ach ein dekorationsoverlay haben wir da oh wow okay wir haben überall niedrige dekorationswerte also ein mist wir brauchen lampen wir brauchen glaube ich mehr lampen ja blumentöpfer haben wir ja schon aufgestellt aber die scheinen irgendwie nicht zu funktionieren wieso wieso nicht achso weil die leiter hier im weg ist oder was ist das ein negativer wert wow deckenlampe jetzt pass mal auf wenn wir hier wenn wir hier müssen überall lampen aufhängen oh man oh man okay dann hängen wir hier mal noch eine lampe auf zwei lampen hängen wir hier auf ähm machen wir das mal auf gehen wir direkt hier dran und dann hier drüben oder wir lassen es eins überschneiden so ne so und dann können wir hier müssen wir dann auch noch eine aufhängen ne die kommt dahin das ist dann direkt am feldbett das heißt so werden wir noch eine bauen so die bauen wir dann auf jeden fall immer noch wir haben schon wieder die forschung abgeschlossen müssen da auch wieder weiter forschen direkt damit wir das nicht vergessen wie siehts denn was können wir noch so an dekorationen machen leere leinwand skulpturblock die typen regen mich auf lüftung okay das saugt alles gas ab kann durch fliesen verlegt werden ziegel okay ähm energieregulierung ja ich würde sagen wir holen uns noch eine neue batterie und dann gehen wir mal hier an die nächst größere forschung dran kohlegenerator wasserstoffgenerator okay mal schauen wir müssen das wasser ja auch irgendwie noch ein bisschen benutzen jetzt haben wir so schön viel wasser hier rechts frei geschafft aber da oben sind die viecher wie soll man die nicht umgehauen die habe ich gar nicht an die habe ich gar nicht gedacht oh die essen mein zeug die haben wir jetzt um komm auch wenn es mitten in der nacht ist die essen unsere materialien so jetzt kann er wieder schlafen gehen sehr gut gemacht okay unser lager dauert hier unten anscheinend auch noch ein bisschen ich sprühe mal wieder vor damit das ein bisschen schneller geht und werde auch noch hier unten die priorität auf 6 setzen dann sollten sie das ach so hier müssen wir natürlich auch noch ein ach wo ist denn leider hin die kann kriegen wir das weg graben nein zerlegen jetzt ist es weg jetzt liegt sand im weg machen wir eine leiter hin perfekt jetzt können wir auch da unten arbeiten ach guck an vorne unser lager guck mal wie das hier aussieht schrecklich wie graut und rüben müssen wir ein bisschen aufräumen oh hier unten haben wir keine luft eieieiei wie kriegen wir denn da luft hin ist hier unten sauerstoff ja ein bisschen hier kommt aber kohlenstoff dioxid her ok dann müssen wir das mal ein bisschen langsamer machen sauerstoff overlay ja da müssen wir auf jeden fall da müssen wir auf jeden fall was machen oh was kann man hier wandelt kohlenstoffdioxid in ein wenig sauerstoff um ja aber brauchen wir hier glaube ich im moment auch gar nicht doch hier ist ja kohlenstoffdioxid aber nur ein bisschen ach komm wir haben so viele algen wir bauen hier jetzt genau in die mitte so ein ding und dann ziehen wir unseren strom darüber was haben wir jetzt noch hier bekommen eine kabelbrücke führt ein kabel über ein anderes ohne sie zu verbinden ah und eine neue große batterie haben wir bekommen die nimmt jetzt auch zwei plätze weg ok interessant wir brauchen aber eigentlich gar keine batterie da unten wir ziehen da einfach ein kabel rein und zwar gehen wir hier einfach runter zack verbinden das da unten ja ich denke das ist okay im notfall bauen wir hier hinten noch eine größere batterie forschung müssen wir noch aussuchen ne haben wir doch schon ausgewählt oder ist das schon fertig ja die batterie war das ist schon fertig ok wow das ging schnell elektrischer grill ja nahrung brauchen wir im moment nicht Hygiene würde ich jetzt mal machen hier dass wir eine bessere Toilette bekommen und sowas ja Luftreiniger und so das sieht gut aus gehen wir hier rüber Lufterfrischer Erzreiniger automatische Luft ok wir gehen mal wir machen das hier mal die Hygiene können wir nämlich so ein Bad bauen ein Gemeinschaftsbad ah und wir wollten noch hier unten die Lagerverdichter bauen stimmt machen wir vier Stück erstmal hin was haben wir noch freigeschaltet Nahrung Pflanzenkiste achso Moment wir wollten ja noch die Samen pflanzen stimmt zack pflanzen zack pflanzen so ja die müssen halt erstmal noch die anderen Samen hier aufsammeln die hier rumliegen damit wir da auch wieder was pflanzen können ne oh hier hinten stinkts wieso stinkts denn hier so das Toilettenhäuschen ah ne hier guck mal verschmutztes Wasser können wir das auch wegräumen aufräumen ja machen wir das doch mal hier rein so hier haben wir wieder ah jetzt können wir hier alle sammeln alle sammeln so dann können sie nämlich jetzt mal schön aufräumen heute ist Putztag die Kolonie wächst die Kolonie wächst und da müssen wir natürlich sauber machen dass hier nichts rumliegt wenn irgendjemand kommt und das kontrolliert ei 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 ich weiß ja nicht so Betten haben alle ne glaub ich wie viele Leute sind wir fünf ok ja das passt was können wir denn hier oben noch machen da wollte ich natürlich noch irgendwann Ziegel reinziehen mal erstmal weg die brauchen wir im Moment nicht wir haben hier oben wir können ins Vakuum ok Veredelung Kompost verschmutzte Erde ja den den bauen wir mal wo bauen wir den denn am besten hin den können wir hier unten rein machen oder zack da in die Ecke ja doch ich glaub das passt da kommt da hinten in die Ecke dann kann der vor sich her stinken im Lager ja das ist ein guter ist ein guter Platz dafür dann haben wir noch unsere Forschung die läuft ja hier unten steht es dann da brauchen wir gerne drauf zu drücken sehr gut fortgeschrittene Forschung 0 von 10 der braucht Wasser ok müssen wir dafür schon so eine Pumpe bauen oder wahrscheinlich wahrscheinlich wir müssen hier nacht ich sprühe mal vor wir müssen hier bestimmt so eine Handpumpe bauen oder oder halt eine Flüssig eine Flüssigkeitspumpe haben wir doch aber wir haben nichts zum aufsammeln oder aber wir brauchen die Flüssigkeitspumpe bestimmt für für die Dusche und die Toilette ja dann lassen wir hier einen Flaschenleerer bauen der kommt glaube ich ne hinten Flaschenleerer aber quatsch was schwätzt ich denn da wir brauchen eine Handpumpe hier die bauen wir oh ja hier ist nicht so tief hier unten können wir die hin bauen ja quatsch brauchen wir ja gar nicht komm wir bauen die jetzt hier hin zack kommt da hin das Stückchen hier unten kommt noch weg das werden wir jetzt mit Priorität machen ja sehr gut jetzt haben wir eine Handpumpe und der wird jetzt Wasser ah ja da kriegen wir Wasser her dass wir so lange durchgehalten haben ohne Wasser ok faszinierend ich dachte die könnten das so machen aber gut gut zu wissen ähm wo war ich dran? achso die Forschung, genau es müsste ja dann jetzt anfangen zu laufen hier jetzt wo Wasser drin ist in Benutzung ist am Wasser verbrauchen ja ok das bleibt das funktioniert doch Stress ist wieder runtergegangen perfekt so die können jetzt aufräumen ach guck mal hier da fehlt noch ein Kabel Jungs und Mädels zieht mal bitte noch einer das Kabel da rein und hier unten vor allem Ding ja die sind jetzt erstmal um aufräumen das hat vermutlich Priorität ne die gleiche Priorität sogar zack ziehen wir das jetzt einfach mal hoch dann wird das erledigt wobei hier unten jetzt sogar schon atembar ist zwar noch nicht zu 100% wir sehen das hier aber es ist schon besser hier ist Kohlenstoffdioxid noch das können wir aber auch noch irgendwann weg machen ich denke das passt im Moment ganz gut so genau ja das läuft doch das geht doch voran ich weiß gar nicht ab wieviel Leuten wir eine Toilette noch ein Toilettenhäuschen brauchen müssen wir mal gucken Sauerstoff haben wir ein bisschen mehr verbraucht als wir herstellen ich glaube das ist aber im Moment gar nicht so schlimm weil wir haben hier wirklich noch sehr viel Sauerstoff und hier oben vor allem Ding ich glaube das ist im Moment echt gar kein Problem hier oben sind wir am produzieren mache ich mir gar keine Sorgen Forschung ist abgeschlossen jawoll okay Forschung ist abgeschlossen zum einen wir werden aber natürlich jetzt noch die zweite Forschung anstoßen was werden wir denn da machen Gesundheitsversorgung Handdesinfizierer Pharmakammer wir sollten hier in der Sparte jetzt erstmal bleiben Nahrung haben wir genug Nahrung haben wir genug Kohleacker Kohlegenerator Wasserstoffgenerator wandelt Kohle in elektrische Energie ist gar nicht so schlecht produziert Sand aus rohen Mineralien Medizin für Krankheiten okay filtert Gas aus der Luft heraus und sendet es in ein separates Rohr Flüssigkeitsfilter filtert Kohlendioxid aus der Luft das ist glaube ich nicht schlecht produziert Sauerstoff und Wasserstoff verbraucht Wasser okay Druckkontrolle ja wir könnten ich weiß es noch nicht genau was wir machen was hat man hier hinten duplikanten Bewegungskontrolle was haben wir hier Mini Gaspumpe Tierkontrolle weil wir könnten halt auf Nahrung gehen im Moment ich würde aber eigentlich ganz gern hier auf die Hygiene und Medizin vor allen Dingen Hygiene haben wir was haben wir hier Dekontamination Dekontamination Gesundheitsversorgung gehen wir da drauf gehen wir auf die Gesundheit die Gesundheit unserer duplikanten ist wichtig und steht im Vordergrund Moment wir haben neue Sachen ein Gitterziegel wird als Wand oder Bodenziegel zum Bau von Räumen verwendet Flüssigkeiten und Gase durch okay wow Können wir hier zwischendurch immer mal so ein Gitterziegel rein knappen was haben wir noch sanitär haben wir jetzt eine Toilette eine richtige Toilette ah die braucht aber einen Wasserablauf zu und Ablauf wie es aussieht und wir haben eine Dusche okay Dusche Toilette und ähm Rohre schauen wir uns ganz gern beim nächsten Mal an ich hoffe ihr seid wieder dabei wenn es weiter geht an unserem nächsten Tag ich hoffe euch hat es Spaß gemacht wenn ja lasst gerne einen Daumen da lasst ein Abo da wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und unterstützt mich würde mich freuen bis zum nächsten Mal haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal die bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020